Ich weiß nicht, ob ich den da oben schaffe. Ich bin zu ungeduldig. Wir können jetzt hier... Da ist eine Kiste! Schnell, schnell, schnell! Ich dachte, ich bin jetzt gefangen. Du kommst jetzt hier nicht mehr weg. Hier ist... Hm. Ja. Ich wollte nur sagen, dass da oben wieder so ein großer Gegner ist. Da drüben. Wo genau sind jetzt meine Memorias? Äh, komm ich jetzt noch an die ran? Ach, da. Ja, hab ich ja Glück gehabt. Mach ich mal. Jetzt kommt Papi. Ich schaff Papi nicht. Hör auf mit dem Zeug nach mir zu werfen. Okay, vielleicht ist das Spiel doch nix für mich. Ja? Vielleicht komm ich hier doch einfach nicht weiter. Ich könnte halt mal eine andere Waffe noch probieren. Aber will ich das... Will ich das Langschwert? Das macht halt ein bisschen mehr Schaden. Aber das ist halt langsamer. Das ist mein Problem. Hey, come on! Ich lasse mich ja hier gar nicht zu Wort kommen. Geh einfach. Funeral Slash. Na, das ist ja wohl kein Zufall, dass das genau hier in dieser Höhle ist. Oh, ich hab ihn gestunnt, aber naja. Ich will einmal so einen großen legen. Das Problem ist, ich bin jetzt dizzy. Und ich hab meine Spezialfähigkeit nicht ready. Gut nix. Ich bin zu schlecht. Ich hab gesagt. Ich bin zu schlecht für Soulslikes. Kann man das lernen? Hat jemand von euch mal Erfahrungen damit gemacht, dass man Soulslikes lernen kann? Ich bin der Meinung, ich hab auch super wenig Stamina. Aber ich muss den großen auch mehr... ...carryen. Vielleicht sollte ich... Boah. Das ist auch... Der trifft mich auch einfach immer dahin, oder? So funktioniert das nicht. Ich hol jetzt meine Memorias. Dann gehen wir leveln. Dann gehen wir doch mal dort hoch. Ich glaub, da war nämlich sowas wie ein Dungeon. Ähm... Äh... Ups. Ups. Ach so. Ach so. Leitern. Leitern können wir nicht hoch. Okay. Oh. Ups. Ah, hat er nicht gesehen. Ne, ich wollte leveln, ne? Ey, was ist das? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Kann ich hier an dem Ort der Gnade oder sowas... Kann ich hier sterben? Okay. Das muss ich auch. W- jetzt geht's... Also, es sind ja alle hier. Nee, 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 nee. Warte mal, ich geh noch mal. Die Waffe mag ich nicht. Ich heil mich noch mal. Und schon bin ich stuck in einem Souls-like. Ja, warum er jetzt gleich noch in der Luft wird mich treffen? Keine Frage. Ich will ihn trotzdem eigentlich gern hier weghaben, weil da oben ist noch ein anderer, Dude. Gut. Ich wollte parryen. Hat nicht geklappt. Gleich. Äh, schaffen wir den noch? Oder sollte ich es bleiben lassen für die Demo? Oh, cool. Oh. 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 Ich muss halt im richtigen Moment parryen, weil sonst ist er kein Parry, ne? Aber in diesem richtigen Moment gibt's nicht, für mich. Das Spiel war so schön am Anfang. Ich krieg den simpelsten. Das ist nicht mal das... Das ist einfach nur ein Gegner, das ist kein Boss, das ist nichts. Wie zur Hölle. Okay, YOLO. Okay. 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 Das ist dieser Punkt da vorne wahrscheinlich. Echt jetzt? Wirklich jetzt? Ist das ein Easter Egg, was ich nicht kenne? Die Lemminge? Da steht auch einer auf der Wurzel und da ist auch Loot. Oh, wenn ich das sehe, vergesse ich fast die Gegner, ne? Aber dann denke ich wieder an die Gegner und bin mir sicher, dass ich... Ich kann einfach Soulslike nicht. Ich kann nicht... Ich bin nicht gut im Computer spielen. Oh mein Gott. Wie schön. Hier, die Brücke bleibt jetzt... Es gibt immer noch keine Map übrigens. Bleibt jetzt so lange da, bis wir das Dorf wieder verlassen. Ach, bis wir hier durch sind. Ah. Ah. Oh mein Gott. Ich möchte ein Assassin's Creed, was zu dieser Zeit spielt. Italienische Folklore. Assassin's Creed. Jetzt? Sofort. Oh Gott. Bitte. Ich freue mich auch über Assassin's Creed Shadows, was kommt. Das werde ich auch definitiv spielen. Aber ich möchte auch gerne in Assassin's Creed in der italienischen Folklore-Zeit, wann auch immer die war. Ich weiß es nicht, aber... Ach. Ja,ееh Gas. Looten konnten wir bisher, war noch nicht so viele, na? Ach so, das sind die Sachen, die auf die Gegner droppen. Ok, wir könnten... Das Schwert, was wir sowieso immer nutzen, könnten wir jetzt upgraden. Mach das einfach mal, dass du zu machen machst. Ich brauch 3000 Memoria. Ich kann halt auch nicht mal das Schwert upgraden. Ich hab nur 195 Memoria und brauch 600. Ich bin zu schlecht. Okay, aber wir können rein Churitsch unsere Waffen upgraden. Und tatsächlich würde sich hier der Physical Damage von 80 auf 91 erhöhen. Muss man halt schauen, was einem das bringt am Ende. Aber... Und das ist... Ist das ein Händler? Ich weiß nicht. Ich versuch gleich mal, diesen Typ wieder anzusprechen. How beautiful! fuhl. Wir müssen zum Schloss. Es ist bestimmt sowas eigentlich wie Map-Teile, oder? Nur das ist halt das hier. Oh, die sind böse. Hui! Ich dachte, die sind nett hier. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Demo noch geht. Aber ich müsste eigentlich mal woanders hin. Naja, wenn ich sterbe, hier ist ja direkt ein Knoten. Ihr wisst schon. Oh, der hat einen anderen Statuseffekt. Ja. Gut. Ähm. Ich lasse euch mal kurz hier stehen. Ich bin aber gleich wieder da, okay? Nicht weglaufen. Es geht bestimmt noch ein bisschen weiter. Mal sehen, wie wir uns weiter anstellen. Äh, ja. Aber ich schneide das ja sowieso raus. Ich bin eigentlich so doof, ne? Also es geht jetzt nahtlos für euch weiter. An dieser Stelle. Ich bin unter there, wo wir uns ver Chestnut drauf holen bei. Aber ich habe mich hier Dallas gesehen. Euer Sheila hat immer